Guten Tag Blogleser, weil das Jahr ist schier gar wieder rum und als in die Jahre zurück ist es wieder Zeit für mich ein Christstag und ein neues Jahr Video zu machen. Das Jahr 2013 war ein echt gutes Jahr für uns deutsche Schwarzern. Viele Leute haben neue Bücher über unsere Sprache und Kultur geschrieben und ich kann mit viel Stolz sagen, dass ich meine 41 Videoseries um Deutsch zu lernen gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht glauben kann, wie viele Leute diese Videos haben. Auch mein Blog war auch beschäftigt mit vielen Besuchern. Ich kann nicht groß Dank genug sagen. Manchmal hocke ich da hin in meinen Wartefressern und denke, gibt es Leute, die mein Blog wirklich lest? Dann schreibe ich etwas und im E-Port da kriege ich eine E-Mail oder einen Comment. Die E-Mails und die Comments sind so gut für mich zu lesen. Ich kann auch nicht glauben, wo alle meine Leser wohnen. Ich habe E-Mails und Comments von der ganzen Welt gekriegt. Amerika, Europe, Australien und viele andere Plätze. Ich werfe schon meine Posts in 2040 schreiben. Und ich hoffe, dass die Comments und E-Mails wäre alles noch in meinen Inbox gekommen. Das ist wieder Christdagszeit. Mein Baum ist schon bedeckt mit Lichtern und Ornaments. Die Geschenke sind schon gekauft. Die Korte sind schon in die Post geschickt. Die Küchel sind schon gebackt. Zur Zeit haben wir auch Schnee da bei mir. Es fühlt sich wirklich wie Christdags. Na ist die Zeit mit der Familie zu sein. Schöne Lieder zu singen. Gutes Essen zu essen und warmer Trinken zu trinken. Na müssen wir just woher auf dem Belschneckel. Und es popplig grischt zu kommen. Bald kommt das neue Jahr. Mit dem neuen Jahr kriegen wir alle ein neuer Anfang. Wir können Resolutions machen. Wir können etwas Neues ausmachen. Und hoffentlich können wir alle unsere Resolutions tun und behalten. Ich wünsche euch viel Glück mit eurer Resolutions. Lass mich mal fertig machen mit dem heiligen Schrift von Lukas. Und es war ein Schuf hier in seiner Gegend im Feld. Die haben in der Nacht ihre Schuf gelegt. Und sehen. Im Haar sei Engel ist sie nicht gekommen. Und die Glorie vom Haar hat um sie gegleicht. Und sie haben sich auch gefeucht. Aber der Engel hat nicht gesagt. Fache euch nicht. Ich verkündige euch große Friede. Und für alle die Leute in der Welt bestimmt ist. Verheilt ist euch der Heilige Gebore. Christus. Der Herr. In dem David seiner Städte. Und das nimmt für ein Secher. Ihr findet es Kindchen im Windel gewickelt. Und in dem Futtertrog lege. Und dann war beim Engel viele von der himmlischen Kompanie. Hint Gott gelobt und gesagt. Er sei Gott in die He. Und Friede auf der Erde. Bei den Menschen in seinem Wohlgefalle. Und da wünsche ich all meine Leser und Glückseliger. Ein herrlicher und freilicher Christtag. Voll mit Fried und Fried. Und ein glückseliges und gesundes Neujahr 2000-Fatze. Wir sehen uns wieder im Januar. Aber bis dann. mag's gut. Und schwäzt Deutsch. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es?